Wenn in einem Körper zwei Seelen leben... Judith macht mit mir, was sie will. Ich brauche vor allem Tabletten. Ohne bin ich völlig ausgeliefert. Sie dürfen jetzt nicht länger warten. Sie müssen eine Therapie machen. Dann kann es für Dritte... Therapien... ...ganz schön gefährlich werden. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Heute 19.40 Uhr bei RTL.